Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile fünften Ausgabe von Couple Answers. Paare beantworten ein paar Fragen. Welche Fragen? Na die Fragen, die ihr uns gestellt habt. Am Sonntag hat Anton Svoboda in der Home Church im Sunday Morning über das Thema Kommunikation gesprochen und wir, das sind David und Valerie Schwarzbauer und Magdalena und Stefan Ullrich, dürfen wir euch heute ein paar Dinge aus unserem Leben dazu erzählen. Aber bevor wir hineingehen in die Griesnockerl-Schlacht, haben die Schwarzbauers noch eine Frage vom letzten Mal mitgebracht. Genau und die dürfen wir gleich euch stellen, weil das ja mittlerweile Tradition ist, dass wir eine Frage aufheben für das Paar, das letztes Mal nicht dabei war und das seid in dem Fall ihr. Und es ging ja das letzte Mal um Gefühle und Gefühle ausdrücken und wie wichtig es ist, die Gefühle des anderen zu spüren und so. Und da gibt es eine Frage, die da lautet, was, wenn der andere meine Gefühle absolut nicht nachvollziehen kann? Schwierig. Also die stereotype Antwort wäre jetzt, Männer haben nicht so viele Gefühle, dass es kann nicht sein, dass die Frau die nicht nachvollziehen kann. Nein, aber für uns war tatsächlich, was das Thema Gefühle nachvollziehen kann, wir haben es ein paar Mal schon erwähnt und es tut uns leid, wenn wir das immer wieder sagen, aber das Bösel-Seminar, das Imago-Paar-Therapie-Seminar wirklich augenöffnend, was Gefühle nachvollziehen betrifft, weil wir waren damals schon, ich glaube, sechs Jahre verheiratet und wir wussten, wo unsere Themen liegen, wir wussten, wo wir Schwierigkeiten, Herausforderungen haben. Aber tatsächlich war das dort das erste Mal in diesem intensiven Dialog, wo wir begonnen haben, uns in die Themen des Anderen hineinzufühlen. Und seitdem würde ich sagen, fällt es uns auch wesentlich leichter, Gefühle des Anderen wahrzunehmen und aufzunehmen. Gleichzeitig glaube ich, oder würde ich sagen, dass es bei uns im Alltag immer wieder eine Herausforderung ist. Da, wo es uns richtig gut gelingt ist, wenn wir uns die Zeit nehmen, füreinander uns hinsetzen und wirklich reden über die Gefühle. Genau, aber im Alltag geht es ja einfach nicht immer, vor allem, wenn man kleine Kinder hat, man kann nicht, vor allem, wenn die Kinder schon so groß sind, dass sie einen gut verstehen und auch gut verstehen, was man so sagt. Sprecht ihr nicht Spanisch dann? Ja, manchmal schon. Wir haben zuerst einmal mit Englisch begonnen. Natürlich ist es jetzt so, dass die Felicitas immer besser Englisch kann. Das heißt... Mama, warum war das jetzt so genau? Jetzt habe ich aber eh auf Englisch geredet. Genau, also manchmal switchen wir jetzt auf Spanisch. Sie will jetzt Spanisch lernen? Warum wohl? Sie hat also auch schon eine Lehrerin gefunden. Ja, na, aber es ist dann natürlich wirklich schwierig, das im Alltag sofort anzusprechen. Aber es ist natürlich auch eine sehr schmerzhafte Sache, weil in einer Ehe, also ich in unserer Ehe, habe diese große Sehnsucht oder dieses Bedürfnis, einfach verstanden zu werden oder einfach angenommen zu werden, genauso wie ich bin. Und auch mit dem, was mir total schwer fällt, mit den Gefühlen, die jetzt vielleicht nicht so schön sind. Weil ich finde, also so Freude teilen ist etwas sehr Einfaches und schöne Momente zu teilen. Vielleicht ärgert man sich, weil der andere es nicht so schön findet. Das kann sein. Aber so, wie ihr es beim letzten Podcast auch angesprochen habt. Ihr habt zugehört, offensichtlich. Wir haben viel mitgenommen. Oh, wir haben viel gelacht. Aber vor allem dieses Leid, dieses Schwere und vor allem, wenn der andere dieses Leid vielleicht gar nicht nachvollziehen kann. Und dann ist es schon sehr, sehr schwer, das auch zu akzeptieren. Aber ich glaube, es ist besser, also ich habe es für mich gemerkt, es ist besser, wenn ich es akzeptiere, wenn ich einfach sage, es ist so. Es ist so. Ich kann es jetzt nicht ändern, als dass ich mir jetzt dauernd überlege, ja, wie könnte ich es dem Stefan greifbar machen, weil manchmal geht es einfach nicht. Und ja, was ich schon gemerkt habe, das ist manchmal eine einsame Sache, wenn man da so alleine mit den Gefühlen ist. Weil ich glaube, die schlechteste, das ist glaube ich für uns alle, der schlechteste Platz, um einsam zu sein, ist die Ehe, finde ich. Aber weil die Ehe einfach, und Beziehungen, aber die Ehe ganz speziell auf diese Gemeinschaft ausgerichtet ist. Aber dieses Annehmen und einfach auch vor den Herrn zu legen und zu sagen, hey, trag du das mit mir. Und wenn ich jetzt nicht Teil dieses Seminars war, das nicht kenne, einen Tipp von beiden. Was wäre da ein konkreter Schritt, den man vielleicht probieren könnte? Da sind wir eigentlich schon mitten in der Kommunikation drinnen. Genau. Weil das Spiegeln. Haben wir das schon mal erwähnt, kurzer Spiegeln? Ja, bei den Wertschätzungen haben wir das einmal erwähnt. Aber im Wesentlichen kurz das, was der andere einem gesagt hat, wiederholen. Und dadurch tief eindringen lassen und dadurch auch nicht innerlich in eine Abwehr oder Rechtfertigungshaltung zu kommen oder sich dabei gleichzeitig zu überlegen, was man jetzt gleich Kluges drauf sagen möchte, sondern wirklich das, was der andere sagt, aufnehmen und verarbeiten. Wiederholen heißt in dem Fall paraphrasieren, oder? Ja. Weil du ja das in deinen eigenen, ich glaube, das ist, oder ist es gar nicht so wichtig? Nein, eigentlich, nein, ist gar nicht so wichtig. Ich würde gar nicht einmal sagen paraphrasieren, sondern tatsächlich sich zu bemühen, es so genau wie möglich wiederzugeben, weil der andere ja oft bewusst die Worte wählt, die er wählt. Und man kann dann auch fragen, du, habe ich das richtig gehört oder habe ich es richtig verstanden? Genau, es ist halt so eine Versicherung, dass man es wirklich auch richtig, dass die Kommunikation wirklich funktioniert hat. Und das funktioniert auf beiden Seiten, also die männlichen Bedürfnisse werden ja gedeckt und auch die weiblichen sozusagen. Aber es ist halt, man muss schon dazu sagen, dass dieses Spiegeln im Alltag komisch wirkt am Anfang. Das wollte ich gerade sagen. Ich habe mir vorgenommen, vor heute Abend, weil ich mir gedacht habe, wir werden darüber reden und genau das wollte ich fragen. Also wie, ich meine, das ist eine total atypische Form, also im Alltag, dass du dich hinsetzt und sagst, also ich höre jetzt raus und du sagst das und verstehe ich dich richtig und so, wenn es drunter und drüber geht. Und das funktioniert nicht, wenn es drunter und drüber geht. Also nicht bei uns. Im besten Fall könnte man sich, das haben wir nicht immer gut geschafft oder schaffen wir nicht immer, könnte man sich ausmachen, hey, auch im Streit, wenn der eine den anderen bittet, ich würde dich jetzt gerne zu mir einladen, also in meine Gedankenwelt quasi, dass man das dann auch annimmt, diese Einladung, dass man dann sagt, ja, ich würde wirklich gerne wissen, wie es in dir vorgeht, ich würde gerne an dir teilhaben. Dann, dass man das dann wirklich nicht ausschlägt. Aber wenn man einmal in Rage ist, also ich bin da ganz schlecht darin. Der Stefan ist da besser, wirklich. Yes. Du kannst es immer wieder zurückschreien. Ich merke, du fühlst dich. Du bleibst authentisch. Das Spannende ist, wenn du mal beginnst, ich meine, ich würde da jeden und euch auch ermutigen, wenn ihr so ein Thema habt, und wir haben ja jetzt erst vor kurzem von so einem Thema gesprochen, dass du dir das selber nacherzählst. Aber es ist ja eigentlich ein Liebesthema. Aber anyhow, ich glaube, der Schlüssel liegt in dem, sich Zeit zu nehmen und dann wirklich mal, ich sage mal, Viertelstunde, 20 Minuten nur das wiederholen, was vom anderen kommt. Und das Spannende ist, unsere Erfahrung war dann, man hat dann relativ schnell auch einfach mal alles auch gesagt, weil man auf einmal nicht mehr diesen Rechtfertigungstrang hat. Man ist nicht in dieser Dynamik drinnen, dass man es dem anderen wieder und wieder sagen muss, sondern man hat es gesagt, der andere hat es wiederholt, man denkt sich, boah, der hat es ja verstanden. Und das ist schon sehr heilsam irgendwie auch. Gut, das ist ein Genügen, würde ich sagen. Ihr dürft euch setzen. Danke, wir sind schon sehr gut. Das ist die fünfte Ausgabe von Couple Answers, nicht die fünfte Aufgabe, Herr Professor. Aber ich glaube, wir machen weiter. Wir machen weiter mit der ersten Frage, glaube ich. Ja, und ich finde die erste Frage nämlich echt cool. Was ist die erste Frage nochmal? Die stellt der Stefan jetzt, hoffentlich. Kann man auch zu viel kommunizieren? Ja, die Frage gebe ich weiter. Kann man auch zu viel kommunizieren? Hm, ich glaube, man, also, ich würde es für mich beantworten, oh nein, ich stelle die Frage nicht um, so dass ich sie beantworten kann. Ich kann für mich selber, ich kann sehr wohl zu viel kommunizieren und ich glaube, ich kommuniziere zu schnell oft, ohne mir Bedenkzeit zu nehmen oder ohne dem David Bedenkzeit zu geben. Aber das liegt bei mir, glaube ich, ein bisschen in der Natur, weil ich eher, was gibt es für ein schönes Wort? Impulsiv. Impulsiv. Einfach schnell. Schnell bin. Dass dann zu schnell man auf dieser, dem anderen muss ich das jetzt unbedingt sofort mitteilen und ich muss ihm alles mitteilen, was mir zu dem Thema einfach einfällt. Das glaube ich sehr wohl, dass das oft zu viel und zu schnell ist bei mir. Ich glaube, dass, wenn wir jetzt auf Watzlawick zurückkehren, wo wir sagen, wir können nicht nicht kommunizieren, dann ist die Frage irgendwie in diesem Kontext natürlich schwierig, weil wenn alles Kommunikation ist, dann ist ja, dann brauchen wir uns nicht fragen, ob man zu viel kommunizieren kann, weil mehr geht nicht als alles. Aber dann konkretisiere ich, kann man zu viel reden? Ja, und darauf wollte ich jetzt raus. Also, ich glaube mal, also diesen Punkt, ich weiß nicht, ob wir nochmal drüber zum Reden kommen, wo man mit, alles ist Kommunikation, das finde ich schon einen spannenden Punkt auch. Aber wenn man jetzt konkret über das Reden, also deswegen ist es mir wichtig, da eine Unterscheidung zu machen. Kommunikation ist ja eine Sache, Reden ist eine andere. Und ich glaube schon, dass es viele Dinge gibt, die man sich einfach zerreden kann, wie man so schön sagt. Also, dass man einfach zu viel drüber redet. Über manche Dinge spricht man einfach nicht. Das jetzt nicht, weil man nicht kann oder nicht will oder so. Für mich ist es auch ganz wichtig, bevor ich ein Thema anspreche, mir zu überlegen, ist jetzt der richtige Zeitpunkt, drüber zu reden? Oder ist das Thema überhaupt so wichtig, dass ich daraus jetzt wirklich auch ein Thema machen muss? Das sage ich jetzt bewusst, weil man könnte ja über alles reden und man könnte sich über alles aufregen, vor allem, wenn man vier Kinder hat und müde ist. Das ist auch ein wichtiger Punkt, der da reinspielt über das Thema Kommunikation, wenn man wirklich müde ist, ausgelaugt ist, genervt ist. Es ist laut, dass man dann einfach anders kommuniziert. Aber ich finde, ja, man kann zu viel kommunizieren. Und ich finde, wir hatten Situationen, wo wir dann gesagt haben, du, jetzt hören wir auf, wir drehen uns völlig im Kreis. Wir kommen da überhaupt auf keinen Punkt. Wir verschieben das auf einen anderen Zeitpunkt, weil vielleicht echt schon zu viel darüber geredet wurde. Und jetzt, wenn ich die Frage zurückspielen darf, mit einem leichten Twist, weil wir haben jetzt unlängst mal darüber gesprochen, wie wäre es eigentlich oder wie ist es eigentlich? Also wir sind ja verheiratet und wir lieben einander und wir versuchen wirklich, uns aufeinander zu konzentrieren. Aber natürlich gibt es noch andere Menschen auf dieser Welt. Und es gibt auch andere Frauen auf dieser Welt. Also ich spreche jetzt aus meiner Perspektive. Und es gibt auch andere schöne Frauen auf dieser Welt. Und wir haben uns unlängst mal darüber unterhalten, wie redet man über das Thema oder wenn ja, wie? Wie oder wie viel? Weil ich wäre jetzt der Wallin nicht jedes Mal sagen, boah, die schaut super aus. Das ist einfach too much information. Weil das ist etwas, womit ich einerseits, glaube ich, gar kommen muss, das einordnen muss. Und es gibt viele Menschen, die einfach super toll ausschauen, die wahnsinnig sympathisch sind, die eine Ausstrahlung haben, ein inneres Strahlen, wo man sagt, boah. Und das können auch Ordensmenschen sein und so. Die vor allem, die strahlen meistens noch viel mehr. Aber sozusagen da auch, ich weiß nicht, klug zu sein, ich muss jetzt nicht der Wallin über jede Frau erzählen, die ich schön finde. Oder meinst du allgemein, ob es so Tabuthemen gibt? Bitte? Stellst du schon wieder die Frage um? Nein, die Frage ist konkret dieser Inhalt, diese Frage jetzt? Das ist ja nur ein Beispiel. Das Beispiel ist, dass ich sage, in dem Fall ist es vielleicht nicht gut und nicht richtig, dass ich das immer anspricht. Und jetzt wollte ich euch sozusagen die Frage zurückspielen. Wie ist das bei euch? Was sind Dinge, über die ihr sofort wichtig redet? Was sind Dinge, wo ihr sagt, das ist jetzt vielleicht nicht der Rahmen oder auch gar nicht das Thema? Das ist cool, weil nämlich die Frage, es gibt eine andere Frage, die mir jemand gestellt hat, die ist, habt ihr Geheimnisse voreinander? Und das geht ein bisschen in die selbe Richtung. Ich würde sagen, man muss nicht immer alles, und ich sage jetzt bewusst immer und alles, obwohl man in einer guten Kommunikation Wörter immer und alles und nie vermeiden sollte, haben wir gelernt. Aber ich glaube nicht, dass man immer alles dem Partner erzählen muss, vor allem nicht dann, wenn man weiß, dass das den Partner jetzt total verletzt, aber auch nicht relevant ist. Also ich glaube, vielleicht kann man sich das, also ich bin im Brotberuf Berater und da tun wir Dinge gerne so auf Matrizen aufmalen, so zweimal zwei irgendwie, und da könnte ich mir überlegen, verletzt es meinen Partner ja, nein, und ist es wichtig ja, nein? Und wenn es nicht wichtig und verletzend ist, dann würde ich sagen, nicht sagen. Wenn du eine andere Frau fesch findest, aber du weißt genau, du liebst deine Frau und du bist sozusagen ihr treu, dann würde ich sagen, ja, Gott hat viele Menschen oder alle Menschen wunderschön geschaffen. Gott segne sie und tschüss. Also ich glaube nicht, dass ich jetzt, jetzt wie jeder Tag meiner Frau sagen muss, dass ich jemanden fesch gefunden habe. Wenn es nicht wichtig ist und sie auch nicht verletzt, dann ist die Frage, müssen wir überhaupt darüber reden oder nützen wir die Zeit nicht eher für, für Dinge, die wichtig sind. Und bei den Dingen, die wichtig sind und die nicht verletzend oder nicht kritisch sind, da würde ich sagen, viel darüber sprechen und sich auch viel Zeit dafür nehmen, aber ganz besonders für die Dinge, die verletzend sein könnten und die wichtig sind. Das sind ja oft dort, wo Schwierigkeiten zwischen uns stehen. Ich glaube, da ist unsere Erfahrung, wenn man das Zwischentür und Angel macht, dann explodiert, dann clasht, dann hat man, je nachdem, wer dann das größere Elefantengedächtnis hat von uns beiden, kann man das Jahre später auch noch hören. Du hast mir damals gesagt, das. Das können wir beide immer wieder ganz gut. Also ich glaube, da ist es vor allem wirklich auch wichtig, ein gutes Setting zu finden, sich die Zeit zu nehmen und die Dinge in einer liebevollen Art und Weise mit großem Respekt und großer Wertschätzung miteinander zu besprechen. Also deswegen Konklusion, nein, ich glaube nicht, dass es gut ist, immer alles sofort, vielleicht bringe ich das sofort noch dazu, dem Partner zu sagen, sondern man darf auch klug sein und man darf auch Maß halten in dem, was man sagt und wie man es sagt. Das finde ich auch sehr. Vor allem, ich glaube, das Wichtigste ist echt dieser geschützte Rahmen, wo man etwas anspricht. Also wenn das wirklich oder vielleicht noch in der Öffentlichkeit man irgendeinen blöden Scherz macht, ich glaube, das kann so verletzend werden und so nach hinten losgehen, das geht gar nicht. Das ist ja gut, dass der Podcast hier ja keine Öffentlichkeit ist. Wir sind ja unter uns. Wir sind jetzt vier Leute, zwei helfen uns noch, in dem Zusammenhang vielleicht auch mal ein Danke an den Ton und die Kamera. Großes Lob. Das muss auch mal gesagt werden, Wertschätzung, oder? Genau, voll. Stimmt. Wir lieben, dass ihr den Ton und die Kamera so gut macht. Aber das Aufbauern an diese Frage, da gab es nämlich noch eine Frage, die, sprecht ihr etwas, was euch stört, sofort an oder geht ihr das Problem zuerst mal eine Weile durch, um es zu analysieren und euch zu überlegen, ob es berechtigt ist, sich aufzuregen? Oder es gab noch eine andere Frage, die frage ich nämlich, fand ich nämlich auch cool, wie sage ich meinem Partner, ohne ihn zu verletzen, dass mich an ihm was stört? Also die zwei Fragen, wie sage ich es ihm, oder wie sage ich es ihr, wenn mich was stört? Oder, und wenn mich was stört, mache ich das sofort, oder wie gehe ich damit um? Also wie geht es euch damit? Stört dich? Also ich kann jetzt nur theoretisch sprechen. Nein, was ich an dem Thema schon wichtig finde, ist, was stört mich? Und da gibt es tatsächlich ein Beispiel bei uns. Also wir haben ein Tabuthema, das sind Davids Haare. Haben wir nicht ausgemacht, wir reden nicht über meine Haare. Ja, euer Einmal reden wir über deine Haare. Und da muss ich echt sehr, da muss ich bei mir, da muss ich sehr aufpassen, bei mir, warum stört mich das? Und das stört mich eigentlich nur in bestimmten Momenten, wo es vielleicht zwischen uns auch gerade nicht so, wo irgendwas nicht so gut passt. Und dann ist es eigentlich mein Problem. Also wenn ich, ja, also da einen richtigen Moment. Ich wollte, es ist lustig, ich wollte genau das Gleiche sagen, dass das natürlich, wenn mir jetzt, wenn mich jetzt etwas an ihr stört, dann ist es meistens, sozusagen, das Problem liegt meistens 90% bei mir, statt an ihr. Weil ich kann ja die restliche Zeit auch gut damit umgehen, dass diverse Dinge so sind, wie sie sind. Aber dann ist es meistens eben ein schwacher Augenblick, wo ich gerade mit mir vielleicht im Unfrieden bin und auch mit ihr vielleicht und dann stören mich diese Dinge. Und dann glaube ich, ist es wichtig, dass ich das verstehe in dem Zusammenhang und nicht sozusagen ihr sagt, mich stört an dir, dass du, weil wenn ich verstehe, dass eigentlich ein Großteil des Problems ich selber bin, dann muss ich an mir arbeiten und dann muss ich wahrscheinlich genau das machen, was die erste Frage war, das Problem einmal analysieren und ich mache das sehr gern. Ich löse Probleme gerne im Kopf. Die Walli löst Probleme gerne im Gespräch. Das ist eine wichtige Erkenntnis, die wir gewonnen haben, weil für mich oft die Dinge schon gelöst sind, bevor wir überhaupt darüber reden. Für sie aber nicht. Und das ist ein wichtiger Erkenntnis. Ich weiß nicht, ob wir auf diese andere Frage noch kommen, ob die Qualität der Kommunikation mit den Jahren der Ehe, dann reden wir später nochmal drüber. Aber in dem Fall, was wollte ich jetzt sagen, soll ich nicht verantworten? Ich kann weitergehen, weil eigentlich wollte ich schon vorher was sagen. Ich habe es schon gebrochen. Das genau, das wollte ich ihm auch sagen, dann, wenn ich mal verstanden habe, was mich stört, dass das wirklich etwas ist, was ich ansprechen muss, dann, manchmal weiß ich, aber gar nicht, dann weiß ich, das ist mir ganz wichtig, dass ich es anspreche und weiß nicht so genau, was mich jetzt eigentlich, was jetzt genau das Problem ist. Und ich arbeite eben so, dass ich das im Gespräch erst herausfinde oft. Und dann sagt er mir manchmal, was ist eigentlich dein Problem? Und ich denke mal, was ist eigentlich mein Problem? Und dann muss ich da herumreden und dann braucht es viele Worte vielleicht, aber irgendwann komme ich drauf und dann haben wir das im Gespräch, ja, sind wir draufgekommen. Also, aber ich glaube schon sehr, dass wenn mich etwas stört, was wirklich wichtig ist, den muss ich unbedingt ansprechen. Also, das in einem guten Rahmen, je nachdem, was das Problem ist. Wenn es seine Haare sind, dann kann ich es vielleicht auch. Aber ich finde, der David würde das Bruce Willis auch ziemlich gut ausschauen. Ja, das wäre eigentlich, das ist der Plan. Eigentlich, wenn der Lockdown noch länger dauert. Dann kommt ihr Lockdown. Obwohl, ich darf jetzt zum Friseur, ich bin ja getestet, das sind ja alle getestet, aber ich habe auch diesen Wisch sogar, nicht nur diesen Nasenbohr. Also, ich dürfte zum Friseur gehen, aber das Thema Friseur besprechen wir jetzt wirklich nicht. Aber ich glaube, wir können mal zurückspielen. Du bist nicht nur hier, um Fragen zu stellen. Wirklich? Also, bei uns ist das genauso. Nein, aber wir hatten so eine Situation gerade eben vorgestern, gestern, heute früh. Wann war das? Wir haben jetzt sehr viel kommuniziert diskutiert in letzter Zeit. Magda hat auch gerade so ein Thema und ich frage mich, wir drehen uns bei diesem Thema tatsächlich schon seit Jahren im Kreis. Jedes Jahr wird das Thema neu aufgewärmt und dann reden wir wieder drüber. Ich denke mir schon so, es ändert sich nichts. Es ist immer das Gleiche. Ich habe dir 25 Lösungen gesagt und keine davon willst du. Du willst nur reden und das macht mich fertig. Das ist sehr wertschätzend, Stefan. Verzeih. Ich liebe das. Verzeih. Verzeih. Nein, nur, das, was ihr jetzt gerade gesagt habt, hat bei mir jetzt in der Sekunde tatsächlich die Glühbirne zum Leuchten gebracht, weil ich glaube, ich war... Gott sei Dank. Wir schicken die Rechnung dann. Weil ich war, glaube ich, wirklich dieses Mal wieder viel zu lösungsorientiert und hätte einfach mal ein bisschen mehr zu hören sollen. Magda weiß es eigentlich eh ganz gut, Stefan. eigentlich schon. Nein, am coolsten ist dann bei uns in unseren Gesprächen, wenn ich auch gerade dabei bin, in diesem Prozess herauszufinden, was ich eigentlich mir denke und will und so weiter. Es ist jetzt ein bisschen Stereotyp, aber dann kommt der Stefan und sagt, warum ist das so? Und jetzt will ich dich verstehen. Und ich so, hm. Na gut, dann rede ich halt weiter. Aber das, was ich dir dann erzähle, das passt dir dann eigentlich gar nicht so ganz. Das ist ja auch keine Erklärung. Das ist dann schwierig. Na, aber zurück zu dieser Frage zum Stören. Ich glaube, also an dir Stören, ich glaube, es ist sehr, sehr ähnlich wie die Frage, die wir davor hatten mit dem Wichtig und Verletzend und so weiter. Also ich glaube, das passt genau wieder in diese Matrix rein, weil, wenn mich am Stefan jetzt etwas stört, ist es mir tatsächlich so wichtig, dass ich das jetzt ansprechen muss. Du hustest wie ein alter Mann. Und dann kommt natürlich die Frage, wie sage ich es? Ja, genau. Sage ich es, sage ich, wenn du hustest, erinnerst du mich an meinen Onkel, bla bla bla. Das habe ich am Anfang unserer Beziehung immer gemacht. Soll ich dir kein ähnlich für das Alter sein. Also du musst ein Husten ändern. Nein, ich darf nicht husten. Okay. Ja, jetzt sowieso nicht. Das passt nicht. Sind deine Haare eh nicht so? Er darf nicht einmal husten. Atmen schon noch, aber husten nicht. Nein, diesen Husten, den hast du noch nicht gesehen. Gehört. Geh husten mal. Den sieht man sogar. Der so schlimm ist er. Ich glaube wirklich, dass es in diese Matrix gut reinpasst. Und dann, wenn mich etwas stört, ich glaube schon, dass man so Sachen, die einem wirklich, keine Ahnung, Kleinigkeiten, die einen im Alltag stören kann, dass man es schon auch sagen kann. Und der Stefan bittet halt dann immer, dass ich es möglichst freundlich und liebevoll formuliere. Der Ton ist es. Der Ton macht die Musik. Und wenn ich aber ganz genervt bin, dann schaffe ich das einfach nicht. Ich auch nicht. Es ist einfach schwierig. Das Problem ist ja, dass du immer in diesen Situationen erst wieder dran denkst, wenn es dich nervt. Genau. Und deswegen, wir haben vor zwei Runden, glaube ich, über den Eheamt gesprochen. Ich weiß nicht mehr, in welcher Folge, aber in diesem Zusammenhang wollen wir einladen, alle Folgen anzuschauen, weil das ist ja die fünfte Folge schon und wir haben ja schon vier andere bestritten, auch mit der Familie Thunhauser. Und also, falls ihr die noch nicht kennt, da unten gibt es einen Like-Button und da gibt es eine Glocke, man kann abonnieren und so, also, dass ihr keine Episoden verpasst. Jetzt habe ich wieder den Faden verloren. Mit Stören und Konflikten. Naja, man erinnert sich erst dann an die Momente. Genau. Man erinnert sich dann und dann gibt es eben die Methodik, dass man sich solche Dinge aufschreibt, um sie aufzuheben für einen Augenblick, wo du vorher auch gesagt hast, in diesem geschützten Rahmen, in diesem Safe Environment, also in einem Eheamt, das dann auch anzusprechen. Und dann kann man einfach andere Wertschätzung gegenüberbringen. Und was mir jetzt auch angefallen ist, wenn ich ein Problem habe, also da geht es nicht um so Kleinigkeiten, das sind schon Dinge, die mich echt stören, wenn wir über ein Problem kiefeln und so oder uns echt auch mal fetzen, was auch vorkommt, dann ist meine Methode manchmal am Ende da sage ich ihm, du kriegst halt noch ein E-Mail von mir. Oder wir müssen reden. Und dann schicke ich ihm aber ein E-Mail, wo ich dann in einer ruhigen, in einem ruhigen Moment, da mal alles mir von der Seele schreiben kann und dann kann er es aber auch in der Schule, der Arme. Ja, da liest sich, du liest es ja wirklich ganz durch. Es sind echt lang, diese E-Mails. Aber ich konnte mir dann alles von der Seele schreiben und dann vergesse ich auch nichts, weil manchmal ist mir das einfach in der Situation auch zu viel und das ist auch mein Weg dann. Schwierige Sachen halten wir von mir. Ja, WhatsApp. Dann wird er bombardiert, der Stefan. Das geht immer, oder sind wir schon auf WhatsApp umgestimmt? Nein, nicht. Also das sind dann wirklich E-Mails, lange E-Mails, ohne Absätze und so. Also solche Schriftgröße 6. Da wird das ein Makro installiert, das macht einen Word Count und jenseits der 2000 wird es automatisch in Papier gekauft. Ja, genau. Aber das stimmt und vor allem dann, also gut, ich kann es dann in der Schule ab und zu mal lesen, wenn ich halt sozusagen gerade keinen Unterricht habe, aber ich kann mich auch, ich weiß, sie meldet es meistens vorher an per SMS oder WhatsApp und dann weiß ich, die E-Mail kommt und ich suche mir eine Zeit, um mir das auch durchzulesen und das ist gleich auch ein anderes Setting. Ich falle nicht sofort in die Verteidigungsrolle oder Angriff, weil es geht ja gar nicht über E-Mail. Das ist gar keine blöde Idee, aber es passiert eher selten. Ja, und vor kurzem habe ich ihm geschrieben, jetzt kommt noch ein E-Mail und er hat sich so gefürchtet. Dann habe ich es vergessen. Ich habe es vergessen, ihn zu schicken. Ich weiß. Aber es war dann gar nicht, dann letztendlich war es doch nicht so wichtig. Aber das ist ein ziemlich guter Hook nämlich zur nächsten Frage, nämlich zu eurer Kommunikation über moderne Medien. Inwiefern fördern oder hemmen moderne Medien eure Kommunikation? Ich glaube, ihr seid mal dran, ne? Wir sind dran. Ja, beginnt ihr mal. Also, gefördert haben uns die Medien schon sehr, oder unsere Kommunikation schon sehr, in der Zeit, wo du viel im Ausland warst, wo wir am Abend dann sehr, sehr viel telefoniert haben und uns somit doch sehr viel gesagt haben und irgendwie die Tage doch miteinander trotzdem noch geteilt haben. Also, das habe ich schon in sehr schöner Erinnerung. Aber natürlich ist so ein Medium dann auch immer wieder im Alltag kinderlich, wenn ich mir jetzt ungeteilte Aufmerksamkeit wünsche und umgekehrter Stefan wahrscheinlich auch immer wieder von mir und ich will etwas sagen und dann schaut aber mein Gegenüber ins Handy. Dann fühle ich mich natürlich nicht unbedingt wertgeschätzt mit dem, was ich sagen will. Ja, ich möchte natürlich beachtet werden und wenn ich mit dem Stefan redet, dann möchte ich, dass er mir in die Augen schaut. Oder heute hat man so eine lustige Episode gehabt. Da habe ich im Bad oben geredet und geredet und der Stefan die ganze Zeit mhm, mhm, und ich habe mir gedacht, der hört mir voll zu. Und dann frage ich ihn was, weil es ist immer noch weiter. Mhm, bis ich draufgekommen bin. Er telefoniert und ich habe mich an den Videoclip. Ich wollte gerade sagen, Liebe Leben, wenn es wieder die Werbeentschaltung kommt zu Liebe Leben, dann könnt ihr den Videoclip sehen, an den wir beide gerade denken. Aber du hast gar nicht mitbekommen, dass sie mit dir redet. Ich habe es so high, ich habe es so high. Seh nochmal. Ja, oder nein, hat er Zeit, nur für mich nicht. Ich finde tatsächlich so WhatsApp und so super praktisch für so operative Dinge oder weil wer holt die Kinder, was brauchen wir noch einkaufen? Reine Infoabragungen. Einfach so zwischendurch schnell oder was schreibe ich dem oder der zurück oder was machen wir am Wochenende. Aber für tatsächliche, also ich würde sagen, für die gute, qualitätsvolle Kommunikation ist es bei uns nicht so gut, wo es uns schon hilft und immer wieder auch geholfen hat, eine ähnliche Erfahrung, die ihr auch habt, wenn wir einen richtigen Streit gehabt haben, wo wir temporär einfach mal die Kommunikation, die verbale Kommunikation gestoppt haben. Da hat es uns dann geholfen, einfach dann per WhatsApp mal unsere Gedanken runterzuschreiben, ein bisschen neutraler unter Anfangszeichen, aber einfach strukturiert dem anderen auch mitzuteilen, also ohne und dem dabei diesen Raum der nonverbalen Kommunikation zu nehmen, weil ich glaube, oft wenn wir in Rage sind, dann kommunizieren wir noch mehr nonverbal und dann ist die Sachbotschaft, die die Magda dann mir oder ich ihr bringen möchte, oft gar nicht so ein Problem, aber der Ton, die Körperhaltung und und und. Und das Telefon habe ich dann auch oft das Gefühl, das schneidet so ein bisschen auch das nonverbale ab und macht es dadurch manchmal möglicher, sachlich miteinander zu reden, oder? Du meinst jetzt Telefon, WhatsApp, oder? Ja, beides eigentlich. Jegliche Form von modernerer Kommunikation nimmt so ein bisschen nonverbale Kommunikation weg und dadurch, finde ich, macht es manchmal leichter, sich auf den Sachinhalt zu konzentrieren. Aber schickt sie dann nicht diese Emojis in allen möglichen... Nein. Nur Herzen. Wir schicken nur Herzen. Aber im Streit dann halt. Keine Spive-Emojis. Ja, genau. Aber was Diwali immer noch in den siebten Himmel hebt, da gibt es ja bei... Also nicht auf WhatsApp, sondern auf Messenger, glaube ich, also die normale SMS, da kannst du diese Special Effects machen. Ja. Und diesen Kometen oder so. Ja. Diwali, wenn ich das schicke, da ist alles gut. Da kann ich noch so langes E-Mail bringen. Oder wo sie ganz viele Herzen dann auch... Genau, das Herz einfach... Das ist ja einfach dann bei euch, David. Also das Handy ist super. Nein, was ich sagen wollte, ist, ich mag telefonieren überhaupt nicht. Für mich nimmt es so viel Qualität, aber ich verstehe es. Ich meine, wir hatten nie die Situation, dass wir so eine Distanzbeziehung hatten oder dass ich so viel weg war als Lehrer. Ich bin... Ja, aber du warst schon eine Woche weg, da haben wir schon noch... Eine Woche in 14 Jahren. Ja, aber... Nein, also wieder mal eine Woche, ja, und bei Fortbildungen und so schon. Aber, also telefonieren ist für mich eine ganz schwierige Kommunikationsform, weil mir das einfach... Also ich finde, ich bin mit dem Handy sowieso ein bisschen auf Kriegsfuß, weil ich mich auch... Ich melde, also ich hebe auch nicht immer ab und so und ich sage, du musst doch ab und dich erreicht man nie und so. Ich finde, also ich habe da so ein bisschen eine Distanz zum Handy und ich finde, wenn ich telefoniere, mir fehlt so viel von dieser Qualität, alles, was halt mitschwingt und deswegen mag ich es eigentlich nicht gern. Und wir haben schon Phasen gehabt, wo man mehr telefoniert. Vor allem unsere erste Phase, als wir sozusagen uns begonnen haben, dann auch füreinander zu interessieren und so, kann man mich erinnern, da hatte ich so einen... Da war ich gerade so ein junger Student und so ein bisschen... Ich habe geglaubt, ich bin super intellektuell und so und habe derweil immer so Gedankenrätsel gegeben. Aber welche, die ich erfunden habe, wo sie sozusagen einen Hinweis darauf findet, dass da vielleicht was ist. Das war so... Die ganze Nacht bin ich wachgelegen. Und die waren oft zu pseudophilosophisch. Ich habe es halt so klingen lassen. Und das war unsere erste Form der Kommunikation, wo wir einfach irgendwie spannenderweise, ich weiß nicht, wie es sich ergeben hat, aber so auf einer Ebene kommuniziert haben, da ging es nicht um uns, da ging es schon, aber wir haben versucht, so philosophische Ideen und theologische Dinge und so. Also es war wirklich eine sehr anregende Kommunikation, aber jetzt nicht so eine typische, mir geht es so, wie geht es dir, was hast du heute gemacht und so. Das war gut möglich über das Handy, finde ich. Aber telefonieren, das ist für mich ganz schwierig. Ich telefoniere ganz, ganz selten und nicht gern. Und ich habe dann das Gefühl, wir haben uns nichts mehr zu sagen und dann wirklich so, wir haben uns nichts mehr zu sagen. Bitte komm, reg dich nicht so ab. Wir telefonieren ja nur, das schaffen wir wieder. Und meistens sind ja Leute irgendwie um uns herum. Aber wie kultiviert ihr eure nonverbale Kommunikation? Das ist wieder eine Frage. Genau, das ist die nächste Frage. Aber wie kultiviert ihr das? Weil wir beide ja auch so ein bisschen, wie soll man sagen, leidenschaftliche Menschen sind, die viel Energie haben. Die viel Leidenschaften? Ja. Das hat du gesagt. Das Wort endlich verstanden. Ja. Nein, aber ich meine, ich wollte es ja positiv sagen. Also Menschen mit Leidenschaft, die viel Energie haben, dann kann ja die nonverbale Kommunikation ja auch manchmal überflutend sein, oder? Also was wir uns ganz oft sagen, ist der Ton, gell? Du musst es mir in einem anderen Ton sagen. Und das ist extrem schwierig, eben wie du vorher gesagt hast, wenn man in dem Moment einfach auch sehr emotional ist. Aber daran kann man eigentlich schon voll gut arbeiten. Der Anton hat ja gesagt, er hat es uns ein bisschen erklärt, was auch Watzlawick gemeint hat, mit dem alles ist Kommunikation, dass auch eine Nichtreaktion eine Kommunikation ist. Und wie ich was tue und was ich sage. Nicht nur was ich sage, wie ich sage, ob ich sage, ob ich es, wem ich sage und wie ich mich dabei verhalte und so. Und für uns spielt da in die Kommunikation in Wirklichkeit dann letztlich alles hinein. Unser gesamter Lebenswandel. Alles, was wir tun, den ganzen Tag lang spielt da rein. Und es wird das nächste Mal, glaube ich, das Thema Sexualität besprochen. Und auch das ist natürlich für uns die höchste Form der Kommunikation. Das ist etwas, diese Kommunikation gibt es nur zwischen uns. Und das ist aber auch nicht etwas, was einfach nur so passiert. Oder wo ich sage, jetzt steigen wir in die Kiste und fertig. Sondern das ist, das beginnt ja in der Früh beim Aufstehen, wie ich aufstehe, wie ich mich anziehe, wie ich, also wirklich. Ob du dich anziehst. Das ist jetzt beim Homeschool, beim Distanzlernen gar nicht so. Also oben habe ich immer was an. Sehr gut. Aber das kommt alles da rein. Und wenn die Frage heißt, wie kultivieren wir die nonverbale Kommunikation, dann beginnt es dort, genau dort. Ja, aber macht das konkret. Gibt es irgendwie, keine Ahnung, zwei Dinge, wo ihr euch immer wieder selber bei der Nasen nehmt oder wo ihr sagt, wenn das passiert, dann mache ich das. Ich hänge die Wäsche auf. Da sind wir bei den Fünf Sprachen der Liebe, den ihr vor zwei, drei Wochen gemacht habt, den Vortrag, wo ich sage, ich weiß, für sie kommt die Message an, wenn ich ihr Hilfe im Haushalt. Und wenn die Wäsche dort steht, der Wäschekorb, und die Wäsche zum Zammeln ist, zum Aufhängen oder so, dann weiß ich, das ist im Moment eine Kultivierung meiner nonverbalen Kommunikation. Ja, schon. Aber konkreter jetzt in einem wirklichen Gespräch, damit der andere sich auf allen Ebenen gehört fühlt, ist bei mir sicher, dass ich, also ich bin, ich mag mein Handy wie sehr, das ist, also ich lasse mich sehr leicht ablenken von dem Handy und muss es wirklich weglegen und zum Beispiel, ich habe auch mein Handy nicht, ab einem gewissen Uhrzeit ist mein Handy unten und oben im Schlafzimmer habe ich mein Handy einfach nicht, das will ich nicht, um auch wirklich ihm danach volle Aufmerksamkeit zu schenken. Aber eben jetzt so im Alltag, wenn ich dann, ich kann zuhören und geistetige Messages lesen und das ist aber, also das ist ein, dafür, dass ich natürlich absolut überhaupt nicht wahrgenommen, also da wirklich das Handy wegzulegen und den anderen wirklich anzuschauen und wirklich bei dem zu sein, also bei ihm zu sein in dem Fall. Das ist mein, etwas woran ich weiß, daran muss ich arbeiten und das, damit kann ich ihm sehr, also auf anderer Ebene als verbal auch zeigen, dass ich ihm voll zuhöre. Oder einfach das Nicken, das ist auch etwas, was wir gelernt haben, natürlich. Was du gelernt hast, also ich kann gut nicken. Ja, das ist etwas, was man sagt, dass Männer das weniger tun. Wenn ein Mann zuhört, dann hat er normalerweise diesen starren Blick und dir da laufen schon die Zahnräder im Kopf und er löst schon das Problem und so, ja. Und, aber was die Frau ihm will, ist, ist, ist dieses visuelle Teilhaben und, und ich meine, die Wallis Weltmeisterin und dann im, oh, echt, wo, nein, oder wir sitzen im Auto, ich fahre so ganz gemütlich nach vier Stunden am Weg nach Tirol oder so, und dann, was ist los, was ist los, ich habe meine Zahnbürste vergessen. Aber auch das im Gespräch sozusagen, aber auch das im Gespräch sozusagen, auch zu zeigen, ich bin bei dir und ich höre dir zu und diese Anteilnahme, das ist lustig, ich beobachte es, ich bin ja Lehrer und ich sehe das, ich beobachte es, wenn ich dann zum Beispiel so vor, vor Lehrern spreche, ich mache so Lehrerfortbildungen und so, die, die Damen sitzen alle so drin und die Männer sitzen alle so drin. Aber ich würde nicht sagen, dass die Männer weniger zuhören. Gut, Klischee, ja, nein, aber es gibt natürlich auch Unterschiede. In einer Conference, wo wir vor kurzem teilgenommen haben, habe ich das auch beobachtet, da war es eh auch dabei und die Frauen immer so und ja, und wirklich, es war so lustig zu beobachten und die Männer, also gerade mal, dass sie irgendwie so körperlich anwesend waren. Aber das ist wirklich etwas, wo ich mich sehr, ich danke auch gehört fühle. Und ihr? Wie kultiviert ihr eure nonverbale Kommunikation? Also wir putzen Zähne, damit wir überhaupt komplizieren können. Deswegen war die Walli so schockiert. Ja, eben. Naja, mir hat wirklich mal sehr geholfen, ich habe in der Arbeit mal vor vielen Jahren ein Video, also ein Kommunikationstraining gehabt, wo ich gefilmt worden bin in meiner Kommunikation und mir ist das so bewusst geworden, dass ich sehr viel auch nonverbal im Sinne von Gestikulierung, von Raum einnehmen und so weiter kommuniziere. Das habe ich vorher gar nicht so gesehen und deswegen weiß ich erst jetzt, dass ich oft stärker rüberkomme, als ich das ursprünglich vielleicht meine, einfach weil ich groß bin, weil ich einen Bart habe und weil ich mit den Händen gestikuliere. Ich habe mich schon an ihn gewöhnt. Nein, ein Huster nicht. Nein, nein, das ist nicht Husten. Das ist ein Husten. Ich möchte das Husten hören. Aber auf jeden Fall, ich glaube, es hilft oft total, so blöd das klingt, wenn man sich beim Kommunizieren filmen lässt und sich das dann selber anschaut. Das ist unangenehm, aber... Das ist ein gutes Training für uns. Ja. Naja, ich würde dich ja gerne öfter filmen, wenn du anfängst, mich anzuschreien. Moment, ich filme dich. Schöne Fahrer. aber damit man auch mal merkt, was eigentlich an nonverbalen Vibes dann noch so rüberkommen oder mit mitschwingen, deswegen da weiß ich jetzt, dass ich mich in gewissen Situationen einfach wirklich auch körperlich zurücknehme, vielleicht wirklich ruhig hinsetze, meine Arme bei mir lasse, vielleicht auch den Ton ein bisschen zurückfahre. Ja. Mir ist wieder einmal bei diesem Bösel-Seminar etwas total aufgefallen und zwar bei den Männern. Nämlich... Die husten alle. Nein, und wenn, dann hat es mir nicht so tangiert, nämlich... Die husten nämlich nicht so. Genau. Du hast es ganz korrekt erfasst. Dass die Männer reihenweise total verletzt waren von ihren Frauen, wenn sie nach der Arbeit beim Heimkommen nur verbal begrüßt worden sind und nicht hingegangen worden ist zur Garderobe. Da waren die Männer irgendwie, weiß nicht, ob das eine männliche Sache ist, ich weiß es nicht, die waren da wirklich eigentlich verletzt. Die waren wirklich verletzt. Und seitdem nehme ich mir vor, es passiert nicht immer, aber... Oder gelingt nicht immer, aber ich nehme es mir trotzdem vor, nicht nur so aufzuschauen, und hallo, dass du da bist, fein. Sondern wirklich hinzugehen. Es freut mich, dass du da bist. Wirklich diese Wertschätzung entgegenzubringen, auch nonverbal, nicht nur verbal. Und das... Da merke ich einen Unterschied dann bei uns. Und ich selber, wenn der Stefan einmal mit den Kindern daheim ist, merke es ja auch, jetzt wird es mir noch viel bewusster, wenn ich da bei der Tür reinkomme, alles ist drunter und drüber und keiner nimmt Notiz, auch die Kinder schon, aber Stefan nimmt keine Notiz von mir, denke ich mir auch, komisch irgendwie. Also das ist so eine Sache, die habe ich mir echt angewöhnt, oder ich bin dabei, sie mir einzugewöhnen in den letzten zwei Jahren. Und dann, was mir in letzter Zeit einmal aufgefallen ist, das war so eine lustige Situation mit den Kindern. Wir waren alle am Esstisch und die Mädels haben irgendwas, irgendwas geredet. Und der Stefan und ich, wir haben uns halt einfach, wir haben es einmal so lustig gefunden, wir haben auch nicht wirklich viel darüber geredet, wir haben uns einfach angeschaut. Die Kinder waren dann total, siehst du, wie sie sich anschauen, die reden, die reden und die sagen nichts, wie sie sich anschauen. Also die waren so irritiert die ganze Zeit, das war so lustig. Das war witzig. Wir haben tatsächlich mit den Augen dann nur geredet, weil wir beide in gewisser Weise in der Situation auf die Kommunikation unserer Kinder oder auf das Gespräch unserer Kinder ähnlich reagiert haben. Also wir haben es beide total witzig und lieb gefunden, wie sie da, ich weiß nicht, worüber sie kregen. Ja, das war es auch. Überhaupt nicht mehr. Was es philosophisch ist oder so. Und das war wirklich cool, ja. Ja, genau. Aber ich glaube, also das, was dem Stefan auch immer wieder so gut tut, ist, wenn ich einfach einmal herkomme und ihm bei der Hand nehme oder einfach nicht nur frage, wie es ihm geht, sondern vielleicht auch die Hand auf die Schulter gebe und einfach so Kleinigkeiten. Ich glaube wirklich, in der Kommunikation ist es ganz, ganz oft in den Kleinigkeiten, sowohl das Gute als auch das Nicht-Gute. und eben, es heißt nicht nur verbal zu kommunizieren, es sind diese ganzen, dieser Umfassende, wir sind ja als Mensch auch umfassend, wir sind ja nicht nur Intellekt, wir sind nicht nur Zunge, wir sind Herz, wir sind Körper, wir haben einfach auch diese Dimensionen und dann muss ich halt feuern, wenn mir der Mensch wichtig ist, dann möchte ich dem auch zwischendurch zeigen, dass ich ihn liebe und ich glaube, die fünf Sprachen der Liebe passen da super thematisch dazu, weil es heißt ja die fünf Sprachen der Liebe und es geht um die Kommunikation von Liebe und letztlich, letztlich, also wir versuchen uns wirklich auch zur Frage nochmal, wie kultivieren wir das, wir versuchen uns intellektuell herauszufordern, wir versuchen uns sozusagen auch das Thema vom letzten Mal emotional, Emotionen, dass das einen Platz hat, dass die Spiritualität in unserem Leben einen Platz hat, all diese Dinge sind Teil der Kommunikation, ich teile mich mit und ich will, dass du dich mir mitteilst. Entschuldigung, mir ist eines noch eingefallen und zwar einerseits war du gesagt, das mit den Augen und ich glaube auch, dass wir viel mehr mit den Augen positiv kommunizieren lernen müssen, also ich nehme mich jetzt an erster Stelle oder umgekehrt dieses Augen verdrehen, das kenne ich ein bisschen von meiner Mama und das glaube ich, habe ich eingeprägt bekommen und das ist furchtbar, das mag ich auch gar nicht, wenn das jemand bei mir macht, aber ich mache das auch und auf der anderen Seite, aber wenn wir jetzt vom Tonfall reden oder von der Art und Weise, wie ich mit meinem Partner rede, dann ist es der Sarkasmus, der immer Gift ist, immer. Zynisch und Sarkasmus. Genau, und da sind die Frauen vielleicht sogar, tendieren da mehr in diese Richtung dazu, aber das ist, das tötet fast jede fruchtbare Kommunikation, auch wenn ich mit den Kindern rede und die dann, ich habe heute gehört, wie der Simeon, der ist drei, auch etwas Sarkastisches gesagt hat, der ja keine Ahnung von Sarkasmus hat und dann hat er gesagt, danke, danke dir und dann zu seiner einjährigen Schwester und mir auch gedacht, oh nein, der hat das schon voll mitbekommen, wo da ein Danke, kein Danke mehr ist. Ja, also da das rausnehmen, das glaube ich, ist auch etwas, was sehr helfen kann. Eine Sache, die uns noch aufgefallen ist, weil der Anton auch über den Schulz von Thun gesprochen hat, Friedemann Schulz von Thun, der die vier Schnäbel und die vier Ohren geprägt hat, weil das bei uns so ein bisschen schon so ein Running Gag geworden ist, wenn ich den Kühlschrank aufmache, einen Joghurt sehe und die Magda frage, ist das Joghurt noch gut? Ich liebe die Frage. Und wir haben gestern irgendwie recht gelacht, wie wir das vom Anton gehört haben, weil im Wesentlichen, man kann ja wirklich, ist das Joghurt noch gut, kann ja viele verschiedene Dinge bedeuten. Es kann eine einfache, sachliche Frage sein, du Magda, ist das Joghurt noch gut? Also im Sinne von, was glaubst du, wenn das jetzt zwei Tage schon abgelaufen ist, kann man es trotzdem noch essen? Es kann aber auch sein, die Du-Botschaft, du hast das Joghurt nicht gegessen. Und es kann aber auch sein, die Ich-Botschaft, ich ärgere mich darüber, dass du das Joghurt nicht gegessen hast oder dass ich jetzt den Kühlschrank ausräumen muss. Es kann auch sein, Magda, schmeiß das blöde Joghurt gefälligst weg, wenn es schon auch gerend ist. Eines der letzten drei Dinge wird es auf jeden Fall sein. Nein, nein, nein. Es ist die Sachbotschaft. Ausschließlich. Natürlich ausschließlich. Denn ich will nur wissen, ob ich mich jetzt vergifte, wenn ich das esse, oder ob ich es noch gefahrenlos essen kann. Ai, 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 ai. Stefan, mit zwei Tagen kannst du das, glaube ich, gefahrenlos essen. Aber das ist wirklich ein Wunderpunkt bei uns. Das Joghurt. Das Joghurt und der Husten. Nein, die Kontrolle, die dahinter steckt, hast du. Warum hast du nicht? Also dieser Vorwurf, der implizite Vorwurf, den man da so hört. Aber genau, man kann sich natürlich selber auch trainieren, wie man es hört. Genau, weil das, was ja das Wichtige daran ist, ist es, das eine ist der Ton, in dem man sagt, das heißt, mit welchem Schnabel spricht man. Und da lernen wir immer mehr und mehr dazu, sensibel zu sein für die Situation, in der, oder ich lerne dazu, in der Situation, in der ich gerade bin und wie dann mein Ton sich anhört. Wenn ich müde bin, wenn ich gestresst bin, wenn ich hungrig bin, dann meine ich es oft nicht böse, mein Ton ist automatisch ein Angriffiger, ohne dass das jetzt wirklich was mit dem Akta zu tun hat. Und gleichzeitig aber auch umgekehrt, wenn ich merke, Magda, oder wenn ich einen angriffigen Ton von ihr wahrnehme, mir kurz zu überlegen, in welcher Situation ist sie gerade. Hat sie auch nur sechs Stunden geschlafen und davon zweimal, ist sie zweimal aufgeweckt worden oder hat sie gerade voll den Stress irgendwie oder sind die Kinder gerade ausgetickt und dann auch sozusagen ihren Ton nicht für das zu nehmen, wie er bei mir ankommt, sondern er auch ein bisschen mehr wie soll man sagen, to cut some slack, einfach ein bisschen Freiraum zu geben, auch die Dinge nicht immer genauso auszudrücken, wie ich sie gerade brauche. Vielleicht die letzte Frage. Frage, also wir haben viele Fragen, haben wir tatsächlich einfach jetzt schon sehr, sehr gut in der Kommunikation, in unserer Kommunikation jetzt, gemeinsam gesprochen, aber ich fand diese Frage eigentlich eine sehr, sehr schöne. Was ist euer größtes Wunder in Bezug auf eure Kommunikation und würdet ihr sagen, je länger ihr euch kennt, desto besser versteht ihr euch? Gibt es irgendeinen Moment in eurer Kommunikation, wo ihr sagt, das ist echt ein Wunder, dass das passiert ist oder dass wir das jetzt zwei Mal erfahren haben oder gecheckt haben oder und wie geht es euch mit der Kommunikation, je länger ihr verheiratet seid? Der zweite Teil der Frage ist die Antwort auf den ersten Teil. Okay. Das größte Wunder ist, dass wir uns immer noch verstehen und immer besser verstehen. Ja, das finde ich gut. Ja, oder? Gut, das war es für heute. Na, du wolltest es so sagen. Nein, ich müsste über den ersten Teil der Frage müsste ich ehrlich gesagt länger nachdenken. Das könnte ich jetzt, das darfst du beantworten. Und den zweiten Teil, finde ich auch total spannend, die Frage, die habe ich mich selber auch gefragt, nämlich hat sich unsere Kommunikation in den Jahren, in denen wir verheiratet sind, jetzt echt verbessert oder nicht. Und ich glaube, es gibt Phasen oder allgemein hat sie sich sehr wohl verbessert, einfach weil wir uns viel besser kennengelernt haben. Aber gleichzeitig gab es auch so viele Phasen, wo wir unglaublich schlecht kommuniziert haben, weil die Umstände von, also am Anfang nur wir zwei und dann jetzt mit vier Kindern, also das einfach wirklich ein anderer Umstand ist und dann auch es oft Situationen gegeben hat, wo wir uns, sagen wir mal, tagelang nur Informationen zugeschmissen haben, wo wenig Platz war für eine richtige Kommunikation, wo es wirklich nur auf der Infoebene geblieben ist. Ja, und ich glaube auch, ich schließe auch an den zweiten Teil der Frage, natürlich, wenn man sich, je besser man sich kennt und je mehr man, also wir haben jetzt über sehr viele Dinge gesprochen und ich glaube, man hört raus, dass wir uns bemühen darum einfach auch um eine gute Kommunikation. das gelingt uns wirklich nicht, es gelingt uns fast nicht, nein, es ist wirklich, also ich muss ehrlich sagen, ich glaube die Zeit, wir hatten bessere Zeiten, aber tatsächlich, glaube ich, ist natürlich in einem, wenn man sich bemüht drum und wenn man viel Zeit miteinander verbringt, ich glaube, es ist fast hoffentlich natürlicherweise so, aber das stimmt nicht ganz, weil es gibt Paare, die irgendwann aufhören zu kommunizieren und das haben wir uns natürlich auch gefragt, wie kann das sein, wo ist das Problem, ist das Problem, das Ende der Kommunikation bedeutet das Ende der Beziehung, der Liebe oder ist es eher umgekehrt, bedeutet das Ende der Liebe und des Bemühens auch das Ende der Kommunikation und ich glaube, dass eher zweiteres der Fall ist, dass sozusagen, wo ich mich wirklich bemühe, den anderen zu lieben aus tiefstem Herzen, dann werde ich mich auch immer bemühen um eine gute Kommunikation und das Gespräch wird weitergehen und das ist unser Zugang sozusagen und deswegen, je länger wir verheiratet sind, desto, desto, ich glaube, interessanterweise und das ist eh nichts Neues, das hört man öfters, desto weniger Worte brauchen wir. In bestimmten Momenten und gleichzeitig haben wir aber so viele Momente auch am Abend, wo wir einfach wirklich voll lang tratschen. Und das, genau das wollte ich vorher noch sagen. Also tratschen im Positiven, wo wir uns voll über alles mögliche. Wo du vorher gemeint hast, du lass das Handy unten, damit du Zeit für mich hast oben. Es ist tatsächlich so, dass wir ja, wir haben auch, das ist mal über Eheamt und so geredet, dass wir dort den Abend eher anders nützen, als fürs Reden, weil wir reden fast jeden Abend im Bett auch. Also es ist wirklich eine Lagerfeuer-Momente oder so. Jungscher-Lager-Lager. Genau und jetzt will ich den ersten Teil auch beantworten. Ich finde, das größte Wunder unter Anführungszeichen ist das, dass man lernt, eben, dass es nicht vieler Worte bedarf, um sich zu zeigen, dass man sich liebt. Dass auch ein Schweigen eine unglaublich intensive Kommunikation sein kann, ein Blick, eine Geste, auch gemeinsam Trauer durch Leben. Wir haben über das Thema gesprochen, unsere Geschichte, die wir haben, wo wir so viele schwere Stunden auch gemeinsam, Seite an Seite, ohne dass wir jetzt groß geredet haben, einfach nur sozusagen füreinander da waren. Und da haben wir kaum jetzt vordergründig kommuniziert. Aber das waren dann wahrscheinlich wirklich die tiefsten, zwar die tiefste Kommunikation. Und das ist halt, ich glaube, das große Wunder, das wir erlebt haben, ist, dass Kommunikation eben nicht heißt, ich muss viel auf WhatsApp sein und weiß ich nicht und viele Wörter und ich muss stundenlang reden, was auch wichtig ist, keine Frage. Aber ich glaube, es hat sich herausgerissalisiert bei uns, die ärgsten Momente unserer Beziehung waren die, wo wir die Goschen gehalten haben. Und jetzt habe ich steirisch geredet, gell? Das wolltest du noch sagen. Ah, das wollte ich noch nicht. Sagt nämlich immer... Der David ist freisprachig. Also wir haben eine sehr multikulturelle Beziehungssprache. Das ist immer Deutsch. Dann sprechen wir tatsächlich auch viel Englisch, weil Englisch auch ein bisschen unsere Herzenssprache ist und wir, also unsere Kinder auch zweisprachig erziehen. Und dann spricht der David in sehr emotionalen Momenten steirisch. Und das ist für mich... Husten! Das ist für dich Husten! Alles zu Husten! Nein! Na, bellen, bellen. Steirisch ist bei Burnen. Wir burnen in der Steine. Jetzt habe ich ein Podor dazu. Aber das ist eben... Jetzt habe ich kurz steirisch geredet. Ein Wort. Do about. Oder mot about. Mot about. Das Lied hat meinen Schlagzeuglehrer geschrieben. Sehr cool. Gutes Lied. In diesem Sinne... Hallo, schöne Grüße. Kurtl, ich hoffe, es geht da gut. Nein, aber ich glaube, das ist das große Wunder herauszufinden, sozusagen, was wirklich Kommunikation bedeutet. Und jetzt eben nicht das, was man vordergründig glaubt, was es ist. Und das passiert, glaube ich, erst dann, wenn das wirklich eingespielt ist und so. Größtes Wunder. Stille. Alles, was du sagst. Ich kann es nicht besser sagen. Na, ich würde tatsächlich das, was ihr gesagt habt, jetzt auch vollinhaltlich unterschreiben. Und ich würde auch sagen, auch unser größtes Wunder in der Kommunikation ist, dass wir nach wie vor dran sind und uns bemühen um eine bessere Kommunikation. Gleichzeitig, was mir vor einiger Zeit sehr gut geholfen hat, nochmal neu, vor allem über die wohlwollende Kommunikation nachzudenken, war, wir haben so einen Vortrag von Pater Paul Habsburg gehört, wo der gesprochen hat über die drei Axiome der guten Kommunikation. Ich weiß nicht, ob er es genauso genannt hat. Oder der Liebe, glaube ich. Ich glaube, er hat es Axiome der Liebe oder der Ehe genannt, aber in Wirklichkeit für uns war es Axiome der Kommunikation, nämlich, der Partner meint es gut mit mir, der Partner bemüht sich nach Leibeskräften und der Partner kann gerade nicht anders. So war das, glaube ich, das dritte. Er liebt mich. Er liebt mich. Also zwei weiß ich sicher, das dritte. Aber auf jeden Fall, die zwei waren für mich schon heftig, nämlich, der Partner bemüht sich nach Leibeskräften, und er kann gerade nicht anders, als er jetzt gerade ist, aber er bemüht sich und er meint es gut. Weil ich habe schon gemerkt, oft unterstelle ich ihr, dass sie es nicht gut meint. Und zu beginnen, die Brille zu wechseln und zu sagen, sie kann es gerade nicht besser und sie bemüht sich nach Leibeskräften, hat mir wahnsinnig geholfen, viele Dinge auch dann, also viele von den Dingen, die mich verletzt haben, nicht ganz so ernst zu nehmen, sondern einfach auch bei ihr zu lassen und zu sagen, das kommt jetzt aus ihrer eigenen Verletzung vielleicht heraus oder aus der Situation heraus. Wie siehst du das? Also für mich ist es so ein Wunder, eben das auch, was du sagst, dran zu bleiben, sich nicht zu verschließen, sondern ganz im Gegenteil immer verletzlicher zu sein. Weil in der Kommunikation, vor allem in der Ehe, da macht man sich ja so auf, man macht sich so verletzlich, dass man unweigerlich immer wieder verletzt wird. Das geht ja gar nicht anders. Und da aber nicht irgendwie beleidigt zu bleiben und irgendwie die Wunden zu lecken und irgendwie, keine Ahnung, sich zu verstecken, sondern auch zu schauen und zu fragen, hey, welche Wunden hast du da schon getroffen, die eigentlich schon da waren? Weil meistens trifft der Stefan mich in den Wunden, die ja schon da sind. Und jetzt nicht diesen Verband einfach zuzupicken und mir zu denken, ach, das verheilt schon irgendwie und Augen zu und durch, auch wenn es schmerzhaft ist, nein, den Verband immer wieder runterzunehmen und zu sagen, hey, wie kannst du heilen, Wunde? Wie kann ich heilen? Und ich glaube, das ist das, das ist dieses, auch in der Kommunikation, dieses sich an der Hand zu nehmen und gegenseitig nach vorne zu bringen. Und das geht nur, wenn ich mich verletzlich mache. Das geht nicht anders. Und das ist für mich ein großes Wunder, dass man doch immer wieder die Kraft findet, und ich glaube, ohne Gebet und dem Herrn geht es einfach nicht, aber immer wieder die Kraft findet, Ja zu sagen, zu sagen, wieder aufs Neue. Ich wollte gerade sagen, das beste Beispiel für einen, der sich so verwundbar macht, dass er sogar sich schlachten hat lassen, für uns, das ist ja für uns Christen auch Jesus selbst, der sich ja auch in der Kommunion, also es geht ja auch um dieses gemeinsame Sein, die Kommunikation ist ja auch nichts anderes, sozusagen, auch immer wieder anbietet und sagt, schau mal, ich habe das für euch ausgeschlachtet schon. Das Problem, das ihr habt, wenn es Probleme gibt, da bin ich ja schon durchgegangen für euch. Ihr braucht es ja nur das annehmen. Und also, ich habe mir viel von ihm abgeschaut, was ich mir, eine der wichtigsten, das passt auch zum Thema Kommunikation, eine der wichtigsten Dinge, die ich mir abgeschaut habe als Lehrer, ist Geschichten erzählen. Jesus hat fast nur in Geschichten erzählt, Gleichnisse, und das ist zum Beispiel etwas, wo ich merke, er ist ein Meister der Kommunikation. Wenn wir Geschichten erzählen, dann haben wir die Menschen, das sind Dinge, mit denen sie was anfangen können. Und ich bin Deutschlehrer, da fällt es recht leicht, Geschichten zu erzählen. Und das ist, also das ist nur ein kleines Beispiel, wo man sich auch abschauen kann, sozusagen, wenn man an die Quelle geht, wo man sagt, okay, wie geht Kommunikation, wie kann ich das machen? Oder ich bin zwar ein super Rhetoriker, aber ich habe das Herz nicht am richtigen Fleck, dann weiß er umso mehr die Antwort drauf, wie das geht. Wobei mir ist jetzt gerade eingefallen, ich glaube, das größte Wunder der Kommunikation liegt noch vor uns, nämlich das, wo Magda sagt, was sie braucht, und ich das auch tue. Und ich das überhaupt weiß. Ich dachte, und du es schon wusstest vorher. Nein, und ich das auch tue. Nein, aber ich fand den Punkt von Anton Svobot da nämlich echt ganz gut. Manchmal muss man auch einfach sagen, was man braucht. Aber ich finde, um das auch zu würdigen, und ich glaube, das ist auch ein sehr, sehr schöner Abschluss, was ihr beide gesagt habt. Einerseits, das, wo du gesagt hast, eben genau diese Verletzlichkeit zu zeigen und immer wieder aufs Neue, auch auf die Verletzung, die eigene dahinterliegend zu schauen und nach den Herrn hineinzulassen und andererseits eben genau an die Quelle zu gehen, der, der alles durchlitten hat und der, der uns ein großes Vorbild auch ist in der Kommunikation. Und vielleicht auch als Überleitung für euch zum nächsten Vortrag, nämlich in der nächsten Woche geht es um das Thema Sexualität und ich finde das so schön, dass du das im Vortrag auch gesagt hast, Sexualität ist das ultimative Mittel der Kommunikation. Und wenn Gott spricht, wenn Gott, Gottes Wort aktiv wird, dann geschieht Schöpfung. Und wenn in unserer ultimativen Kommunikation was passiert, dann passiert auch Schöpfung. Also dementsprechend freut euch auf nächste Woche, wenn es wieder heißt Couple Answers, das nächste Mal zum Thema Sexualität und wir hoffen auf eure vielen guten Fragen. Denn wenn ihr uns gute Fragen stellt, dann haben wir hoffentlich gute Antworten verraten. Alles Liebe und noch einen schönen Abend. Vielen Dank.